Hallo liebe Ladies von meinem Outfit of the Day. Ich weiß, ihr habt lange nichts mehr von mir gehört, aber heute melde ich mich mal aus dem Treppenhaus. Und vom Make-up her seht ihr es nichts Besonderes. Wie immer. Aber ich habe die Nägel schön lackiert. Dieses T-Shirt an. Das ist so ein richtig cooles Vintage-T-Shirt. Das ist von meinem Freund. Der wollte es verkaufen. Ich hatte das gestern irgendwie zum Schlafen an und dann habe ich mir gedacht, heute ganz schnell kombiniere ich das mit dem Rock dazu. Ein bisschen Seal-Bruch, auch ein bisschen High-Waise mäßig. Dazu habe ich die Boots an, ohne Strumpfhose, eine kurze Jacke und diese coole Vintage-Tasche in Leder. Ja, und das ist mein heutiges Outfit of the Day. Ich finde, das ist ein richtig cooler Look. Ich komme auch gerade vom Gassi. Ich bin im Treppenhaus, in meinem Treppenhaus zu meiner Wohnungstür. Ja, so kann man immer so ein bisschen nach oben rutschen. Haare einfach offen oder kann man auch zum Pferdeschwanz binden. Ist eigentlich scheißegal. Liebe Ladies, viel Spaß beim Nachstylen. Zum Thema, geh niemals ohne Glitzer aus dem Haus, habe ich halt nur das. Das ist heute ein sehr, sehr schnelles Video. Und ja, die Tage melde ich mich nochmal wieder. Bye, bye. Viel Spaß beim Nachstylen. Tschüss. 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 Tschüss.